Hallo zurück bei Modern Warfare 3 aufgrund von kleinen Aufnahmeproblemen und dann Problemen beim Zusammenschneiden in der Folge hier. Zuerst sind wir jetzt noch ein ganz kleines Stückchen weiter als wir das letzte Mal aufgehört haben. Aber es ist wirklich nur ein minimales Stück. Für alle, die noch nicht wissen oder nicht mehr wissen, wir befinden uns hier in Hamburg. Also in der Mission Hamburg. Ja, und wir müssen einfach mal sehen, wie wir weiter vorgehen. Wir müssen, glaube ich, jemanden befinden. Das ist schon etwas länger her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Das war der Punkt. Ja, noch schönes. Okay, bro. Ums, wo soll ich weg? Sollte vielleicht erst mal in Deckung gehen. Endlich. Ich wollte im Mono, ich habe eigentlich gedacht, man diese Mission bekommen muss. Auf dem G36 die soll es ja wiedergeben. Ich hoffe, dass es jetzt irgendwann langsamer kommt. Okay, ist das auch ordentlich, das ist auch. Okay, 18. Oh, was schönes. Oh, das ist schön. Da kam da erstmal einer aus dem Mono. Ja, Leute, wo lang jetzt? Technikor-Deutschland. Was gibt es in Deutschland so für Bücher? Frankenstein. Okay. Er ist Braut. Vorstoß. Vorstoß. Was macht er? Ja. Wir haben es geschafft. Okay, weiter geht es in der Rolle des Yuris. Von Yuris. Das ist wieder Captain Price im Team. Oh man, wie es weitergeht. Price. Das Team hier ist mein Lieblingsteam. Also die sind mir am besten. Stehen die mir zu. Ich glaube, Price ist einfach einer der tollsten Charaktere, dass ich jemals in den Shooter gehabt habe. Nikolai, heiße dich in deinem Weg. Gegen seinen Vorfahren, den hatten wir ja schon in Modern Warfare. In Modern Warfare hatten wir ja auch schon gespielt. Und in Call of Duty 1 gab es den ja sowas auch schon. Das war wahrscheinlich irgendwie dann der Opa von denen. Mach diese Bastarde aus sich! Tiger. Nikolai, wir brauchen Luftunterstützung. Nikolai, wir brauchen Luftunterstützung. Ich bin jetzt Nikolai. Nikolai. Helikopterschützer. Cool. Juri, du hast die Kontrolle. Lack sie hoch! Ähm. Okay. Wacht diese Bastarde aus. Eigentlich ein rotes Vierdeck drauf. Ich bin jetzt aufsuchen. So, jetzt kann ich mir Luftunterstützung geben. Helio Kropto, Schütze. Okay, das war noch eine ganze Menge, die wir getroffen haben. Lauf ich eigentlich richtig? Nee, leider. Nein, das ist ja der Nachteil, wenn man gerade eine Granate wirft, kann man nur schlecht sprühen. Fahrzeug aus nördlicher Richtung. Weitere Truppen im Anmarsch. Wie viele sind ja auch auf diesem Gebiet, das ist ja auch unnormal. In Afrika ist es ja wahrscheinlich oftmals wirklich so, dass da alle jeder furzende Nase, jeder furzende Nase, jede Nase eine Waffe hat. Dragunov. Das ist doch was Feines. Fein. Weitere Truppen im Anmarsch. Festigen. Ne. Rocketenwerf. Nein. Das ist jetzt nicht wahr. Nein. Wo ist er? Ist er tot? Juri ist tot, Mann Das war knapp Schiehler oben, Alter so Der Schalter, Schuss 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 Abschnitte bestätigt Siege zerstört Fortgemacht, Yuri Schall den Frieden nach einer Runde Ekejuri kann's halt Das war doch Fallscher Sollte vielleicht wieder Waffe wechseln Irgendwie soll er heute generell nicht so gut Sollte vielleicht wieder Waffe wechseln Irgendwie soll er heute generell nicht so gut Irgendwie soll er auch heute generell nicht so mein teamwork Es ist sicher! Schauricht! Schock! Finden wir die Rappe! Echo Team! Wir dringen in das Zielgebäude ein! Nikolai, Evakuierung vorbereiten! Echo Team ist bereit! Kontakt vorne! Schock! 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 Habis Büro ist wo geheimd! Schock! Schock! Ku klar hat auch noch eindacht rum! Hai! Nein! Ich habe mich nicht unsterblich an dieser Sequenz. Ich mache es wieder so. Ich glaube ich habe mir das Bein getroffen. Wo ist Makarov? Sag es mir, dann kriegst du sie. Unser Kontakt war in meinem Namen Volk. Wir haben Makarov nie getroffen. Wo ist dieser Volk? Oh! Paris! Er hat die Lieferung in Paris beaufsichtigt! Also gut. Das geht es für die Jungs in Lägerform. Uffu! Nikolai, der Rabe hat ausgepackt. Wir haben was wir brauchen. Fast geschafft! Die Landezone sieht gut aus, aber der Sandsturm kommt schnell näher. Wir sehen Sie! Treffen in 20 Sekunden! Oh ja, das wird ein schönerer Sturm. Klopswarer hat die Wahrheit überwollt gesagt. Er hat die Wahrheit gesagt. Ich verwende Makarovs Leben darauf. Ich denke, der ist clean, der irgendwie aufgespringt, ja. Wir müssen die zweite Landezone erreichen, bevor der Sturm kommt. Gehen wir! Die Entdeckung! Kontakt rechts! Kontakt rechts! Festzeit 3 Minuten und 20. Gut, wir hatten eigentlich immer genug Zeit gehabt. Wenn man mal was hatte mit Zeit. Man, nö, schon wieder. Definitiv ist heute nicht mein Tag. Ey, das ist jetzt wirklich witzig. Ich bin grad hier in so einer doofe Position. Ich muss natürlich grad nachladen. Endlich geht's weiter. Schau mal zähl! Ich verwege mich. Ich brauche ein andrer. Ich kriege doch eigentlich immer genug vorne. Ich glaube, das stimmt. Dann nehme ich halt sowas, wenn es nicht anders geht. Schüler sowas, na gut. Das hat wenigstens noch volles Magazin. Kann ich dann schnell wechseln. Ach, eh, es fluft sich, man. Mann, hier ist auch schon gleich wieder in Munition, Alter. Wieder das Ding in die. Und bin natürlich wieder tot. Oh, das ist ein Scharfschützer. Ich hatte noch Leben voll. Noch mehr auf dem Dach. Wofx. Find thetherepen!